Hallöle und guten Tag, hat er gesagt. Bei unseren... Öh. Naja, ich wollte schon sagen, hier. Da wollte ich doch ja nicht hin, hier. Ne, 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 ne. So geht das nicht. Ähm, ich wollte mal was ausprobieren. Und zwar so allgemein mal. Aber wir haben ja eine Schwei. Ich glaube mit dem Hammer kann ich nichts machen. Ey, wir müssen ja... Ne, okay, dann probier es irgendwann mal aus. Beziehungsweise, wenn ich wüsste, wo mein Auto wäre. Wo habt du? Was ist mit dir los? So. Wir schleichen uns hier einfach mal so ein bisschen durch. Da haben wir ja doch noch Mut. Für irgendwas. Ich wüsste nämlich noch nicht so richtig. Wird hier alles, äh, so vollkommen sexy ist. So. Hier ist auf jeden Fall schon mal das Auto. Da, wo ich mich nicht hintraue, hieß es ja mal, äh, oder hieß es allgemein, da soll das sein. Aber, stamm mal, reich dann die Picke überhaupt bei? Dum, 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 dum. Nö, ich hab mir nichts bei. Weil, warum hab ich die Picke eigentlich nicht bei? Was für ein Trick ist denn das jetzt hier? Ja. Warum hab ich den nicht mitgenommen? Ich wollte allgemein mal versuchen, auf so ein normales Standardauto aufzuhauen. Auf so eine Fake-Autos, ne? Da gehen wir hier einfach nochmal hin. Und hoffe, hier erwischt mir jetzt keiner. Und sagt er, ich hier auf dumme Gedanken komme oder so. Da. Das ist so ein Fake-Auto. Ich will da einfach mal draufhauen. Aha. Oh. Ah. Weil ich hab mir nämlich gedacht, wenn das mit dem Sledgehammer ja so ist, ne? Warum soll es denn nicht auch mit anderen sein? Mhm. Aber jetzt krieg ich nur die Sachen davon? Nichts anderes, wa? Oder haben wir ein paar Autos noch vor uns, ey? Uhu. Nee, stört die nicht, ne? Nee, nee, nee. Also das Laminar ist schon ziemlich im Arsch. Aber stört mich auch nicht. Muss der echt so tief in den Milieu. Das ist ja schon mega kaputt. Aber schade eigentlich, dass hier nicht mehr drin ist, ne? Also irgendwas Sonderbares oder so. Ja, Kontenanz, Jungs, ne? Also nie so weit. Bis hier hin und keinen Schritt weiter. Boah, meine Stamina ist so kaputt, ne? Guck mal. Das erholt sich ja nie. Kann ich ja noch warten, bis ich komplett doof bin, ey. Also ich wollte wenigstens jetzt hier noch mitnehmen, ne? Und wenn ich jetzt gleich hier in Ohnmacht falle, kann ich mir passieren. Oh, geil, Alter. Jo, das lohnt sich. Diesen Gaut. Das macht Spaß. Ja, das kommt dreimal noch hier. Ein bisschen wirst du mir ermöglichen, oder? Hm, geht nicht. Ja, das kommt noch zweimal. Oh, at the end. Doch, nur noch einmal. Ja, aber leider, das, äh, sag ich mal so wie das, äh, haben wir trotzdem kein, kein Brass oder sowas, ne? Hätte gerne Brass. Irgendwas, was nach Brass aussieht. Ich kau- Einfach jetzt ja auf allen rum, was das hier so gibt. Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Hm. Hätte sein können, ne? Da gibt's ja wahrscheinlich mehrere Sachen, wo man, ich glaube, bei denen man hier sowas, ja, machen kann. Hier waren wir ja drinnen. Sag mal, hier zurückzukommen. Achso, hier, da kann ich denn? Achso, ich kann sowieso nicht mehr hauen. Vielleicht kriegen wir ja für die Trucks mehr. Ja, aber das, das wäre, ich will nur mal gucken, ob man hier draufhauen kann. Ne, hier passiert nichts. Ah, hier. Achso. Ah. Der hat mich erst verarscht, ne? Na gut, aber wenn wir nur den normalen Smog kriegen, von den normalen Autos, dann, ja, das wird ja jetzt auch so eine Sache, wo du sagst, so, ey. Also klar, wir haben jetzt hier 10.000 Kampons und so. Generell schon mal gut, aber wenn ich da nichts anderes rausziehe, also wenn das wirklich so vom Looten ist, dass du nur in eine Mine gehen kannst, das ist ein bisschen eintönig, muss ich sagen. Da ist das Survival-Aspekt aber sehr an der Mine gebunden und nicht überall eigentlich. Was dann natürlich heißt, dass das, ja, recht dünn ist, ne? So. Oh. Ne, so nah wollte ich eigentlich nicht an dem Baum. Ja, fahren wir erst mal zurück, würde ich sagen. Wenn nicht hier überhaupt, sollte ich da machen. So richtig schön zurückgeht. Dann müssen wir Mine nochmal suchen. Natürlich, wenn da hinten die ganzen Vollidioten sind, ist das auch nicht so toll. Und den Sledgehammer brauchen wir halt genau nicht, damit wir eigentlich nur die Picke mitnehmen. Und das war's dann im Großen und Ganzen schon. Ach ja, was denn das für ne unsichtbare Kante, ey. Aber jetzt mal Karrebel ist. Wenn er sagt, er kann hier nicht runterfahren, dann würde gar noch mehr auslasten. So, was sagt er da? Käse stinkt, oder was? Ist er immer noch ne Strünne? Also, wenn hier nicht nur Mausrand kommt, dann will sie ja auch ne. Immer mal Licht auslichten, wenn die Batterie denn leer ist, ne? Ist denn eigentlich schon... Schlafenzeit ist ja noch nicht so. Ja, die Stamina kommt jetzt ein bisschen hoch. Aber das hat ja echt Ewigkeiten gedauert. Finde ich ja nicht so gaut, muss ich sagen. Das packt mich ja jetzt nicht positiv, ne? Vielleicht können wir hier noch einen neuen Spind setzen. Das wäre eigentlich ganz gaut. Ich weiß, ich kann die mitnehmen. Das habe ich soweit verstanden, aber, äh, der hat jetzt halt nicht einen Riesenunterschied, ne? Das ist jetzt der richtige Riesenunterschied. Da kann man schon ein bisschen drin machen. Das ist ganz gut. Ich bin ja nur noch zwei Holzis. Da haben wir noch zwei. Wissen wir nicht, warum da zwei Holz fehlen, aber ist okay. Achso, ich drücke die ganze Zeit. So, naja, dann machen wir hier die Kompons rein. Von denen werden wir ja, denke ich mal, in Zukunft sehr, sehr viel sammeln. Hier unten haben wir diese. Das reicht ja dann auch nicht aus. Da, vielleicht teilen wir das auch noch mal. Keine Ahnung. Wir sind noch nicht. Aber, ich bin so ein bisschen, weißt du, wegen der, wegen der Mine. Da ist man so ein bisschen angefixt, ne? Wo hab ich denn jetzt eigentlich die Picke hingemacht, wenn ich die schon nicht mitnehme? Wird die überhaupt hergestellt? Na ja, warum, warum denke ich denn, ich hab ne Picke und hab gar keine? Hier ist nur Stammbraten. Wird die nicht hergestellt, hier? Oder, wo ist mein Kopffehler eigentlich? Ich hab da was hergestellt, ich bin dann nicht bescheuert. Oder wollte ich die herstellen und hab das doch nicht? Ich bin mir recht sicher, da ich das habe. So, wir nehmen erstmal hier das Wichtige raus. Ja, da können wir auch essen. Also, wenn wir Hunger haben, können wir dir doch erst noch ne Cola trinken. Wenn die noch besser wird, hier, den jungen Menschen hier. So, jetzt bist du entdurstet, mein, mein junger Freund. Und dann weiß ich jetzt ja nicht, ob ich das herstellen wollte oder hergestellt habe. Wir gucken mal. Also, hier auf jeden Fall nicht. Wenn wir die nicht aufeinander, ne, bei 32 ist das hier Schluss. Moment, was haben wir hier denn hier? Schön ist hier ein paar Aspirin und sowas. Das können wir hier noch ein bisschen stapeln. Munition kann ich generell stapeln. Da haben wir ja jetzt schon ein bisschen Auswahl, ne? hier haben wir noch ein bisschen Müll. Okay. Hier haben wir noch ein bisschen Scrap und so Müll. Zahnrädchen. Hier haben wir noch ganz viele Zahnrädchen. Hier, den können wir da auch noch reinballern. Hier, zwei. ich auf Knacks oder so. Ich habe das noch hergestellt. Oder nicht? Oder ich wollte. Wollte ich und habe ich nicht oder habe ich und wollte ich nicht? Ich verstehe das echt nicht. Also kann der wohl jetzt eine neue herstellen, ne? Komm, wir haben ja so viel davon. Was haben wir meistens? Scraps oder Dings? Da haben wir 4, 6 und da haben wir 7. So. Das ist dann Gerechtigkeit. Jetzt schmelzt es jetzt einfach. Dann habe ich genug davon und dann geht mir keiner mehr auf den Sack. So. Rinder. 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 So geht es schneller, wa? Wenn ich jetzt hier noch was dazu packen sollte, dann wird was andere draus oder schmelze ich das einfach nur so zusammen? Eigentlich ist ja nicht, ne? Also das auf jeden Fall macht nichts anderes außer schmelzen. Kann man hier hören, hier gibt es auch so eine Farm irgendwo. Vielleicht sollten wir die auch noch besuchen. Dann machen wir erst mal einen Boost rein. Ich kann die, ich glaube, die Federn rausnehmen. Das hier soll ja ganz wichtig sein. Oder habe ich das jetzt nur so im Gefühl? Weil so selten auftritt. Oh, ich glaube, eigentlich nicht. Nee, zurück. Warte. Achso, da fällt es hin. Ja, machen wir jetzt hier mit rein. Sehr sortiert ist es aber hier nicht, ne? Puh, gut. Ja, das wäre denn für die nächste Nacht dort merken wir jetzt noch hier. Wir haben, so spät ist es ja noch nicht, ne? 16 Uhr. Falken nochmal, würde ich nochmal ans Feld gucken? Ich glaube schon, wa? Wenn ich das Feld irgendwo erreiche. Also, weiß er nicht, ne? Ich habe nur mal gehört. Weil großartig ist ja nicht, ne? Wenn man das jetzt hier, auffällig ist ja dieser, die, Strom, äh, Dingsbums, ne? Wenn ich jetzt hier auch nach hinten fahre, komme ich ja auch wieder zum Stromdings, ne? Wenn ich nicht allzu blöd fahre. Wüsste da hinten die Strommastenlinien, hast du nicht gesehen. Das ist ja sehr auffällig, dass es, äh, von denen nur so ein bisschen gibt. Deswegen so richtig das Gefühl, dass ich mich verfahren könnte, da geht es auch nicht. Oder so richtig Angst, weil, ich muss ja nur irgendwo am Rand fahren, dann komme ich ja eh wieder dahin, wo ich hin wollte. Ich fahre einfach mal hier so lang, mal gucken, wo es lang geht, ne? Da habe ich ja die Abkürzung des Jahrtausends gefunden. Aber glaube ich nicht so richtig. So. Jetzt geht es hier wieder nach oben. Mal Lichtentscheidenden sieht man weniger. Zumindest in diesem Spiel ist das so. Hm, 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 hm. Das geht eigentlich nicht dahin, wo ich... Oh, was ist das denn für ein Haus? Wo ich eigentlich dachte, ne? Nee, 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 meine Freunde. Also, das sieht mir nicht so aus, ob wäre ich da eingeladen. Hm, 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 hm. Ja, aber hier so gesehen waren wir ja schon. Was ist ja auch so ein, hm, 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 hm. ich weiß nicht ob ich hier verkommen bin oder gleich den Todes Jahrhundert feiern kann in ihrem Bär ist es ja schön immer da vorne ist er ja genau ist die Leine ich habe Angst vor mir besser ist du Borsch du jetzt kommt er ja wieder aber ich habe ja auch kein Licht aus wenn ich da hier nie wieder reinkomme ja doch klar einsteigen geht ja ich habe nur zwei so eine Sperre ne ne vier halt so ja aber vielleicht kriegt den ja dauernd weiß ich ja nicht vielleicht steht er ja gleich unter mir und sagt sowas komm töte mich oh schön das ist aber schön das gefällt mir hier oben schon mal ich hier jetzt auch noch gucken kann ach ja warum nicht eigentlich ach ja ich nehme dir an kein Problem nischt langweilig oh meine vermisste Pistole habe ich jetzt wieder da siehst du doch ja jetzt nicht komm doch her du Schisser kein Problem ich mach den platt wenn du mir lässt ja wir wissen ja steht da jetzt so provokant wenn ich jetzt hier sterbe ist natürlich ein weiter Weg ne komm doch weiter ich schieße einfach auf den ein Schuss das kriegen wir hin das kommt ja klar warum nicht warum denn nicht das war der wahrscheinlich der wichtigste Schuss meines Lebens und so ne Krümmung gibt es hier nicht ne dass man sagen kann so ja der ist ja eben dann hier ne wegen Jadkrümmung und sowas ne 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 äh was ist denn das so weil ich es in der Hand habe das verstehe ohne beim Spiel warum kann das denn nicht gleich da so ein bisschen umswitchen im Kopf so weiß der Tatze kommst du mal ein bisschen schneller ja feini ja wo ist denn Fressi Fressi kommt der überhaupt näher oh auf jeden Fall kommt der näher Maul ach das ist ja süß ach das ist ja das geht hat du jetzt das Slavi Slavi jemand aber das geht ja das geht ja recht einfach das geht ja recht einfach Combat Knife Machete fresh ja mit Axt und jetzt Batsche nicht Batsche hat keine Axt was haben wir denn ach hier Messer achso wir haben nur alles Messer den hier umgegnen nicht soll ich ihn noch machen hä wie krieg ich den denn klein ich hab doch jetzt ein Messer kann ich hier nicht klicken achso oh da steht ja select ok k hat eine htr ht 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 hbs ht h Es ht 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 zwei stunden ihr seid ja bescheuert ich mach erst mal ich mach erst mal eine stunde der würde die nacht wenn ich da hier im übelsten nebel hänge warum ist denn das so unverschämt frechtet spiel und warum kriegen nichts aus der füße ich könnte irgendwie räusche hier machen ich habe tierisch angst aber wenn jetzt in die vollidioten kommen bin ich ja richtig im arsch kann ich nicht vom vom auto aus den looten kann ich hier nicht rüber hoppen was denn das für ein scheiß kann ich nicht von hier oben bin ich denn nicht sicher muss ja mal gucken dass man hier am besten klarkommt ich höre sechs kilo damen bei jahren also so ist jetzt nicht auch das fett will ich haben ist das ja mod oder sind das der soll mir jetzt nicht so tun ob sie mir völlig im arsch ich glaube die wird lustig die fahrt jetzt auf jeden fall ich habe mir mal beim nüse mal jojo ich habe mir mal beim nüse mal jojo